In Saalfelten fand heuer wieder das jährliche Persönlichkeitsseminar für Lehrlinge, die Skills Factory, statt, welches mittlerweile ein fester Bestandteil der konzernübergreifenden Ausbildungsschiene der REWE Group Österreich ist. Das Event bietet den REWE Group Lehrlingen ein abwechslungsreiches Kursprogramm mit 24 verschiedenen Seminaren und ist die ideale Möglichkeit, seinen persönlichen Horizont zu erweitern. Die über 400 Jugendlichen haben im Laufe der zwei Tage, in denen die Skills Factory stattfindet, Zeit, ihre Potenziale zu entfalten. Ausgebildete Trainerinnen und Coaches helfen dabei, innerhalb von acht Stunden Seminarzeit die eigenen Stärken zu entdecken. Also warum wir es veranstalten, ist für uns eigentlich seit vielen Jahren kein Thema. Wir wollen eigentlich unseren Lehrlingen zeigen, was die REWE hat, aus welchen Unternehmen die REWE besteht. Wir haben ja viele Firmen und was auch besonders schön ist, die jungen Leute können sich hier auch vernetzen, können auch in Verbindung treten mit den Geschäftsführern, die auch immer wieder hier gerne zu der Veranstaltung kommen. Und es macht irrsinnig Spaß, auch über die normalen beruflichen Dinge hinaus bei Seminaren dabei zu sein, bei Workshops dabei zu sein, was nicht unmittelbar mit dem Unternehmen zu tun hat. Also ein bisschen Horizonterweiterung. Es ist die perfekte Chance, dem Alltag ein wenig zu entkommen, den Teamgeist zu stärken und neue Motivation zu schöpfen. Super, mir hat das gefallen. Skills Factory kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen für jeden, der irgendwas nice lernen will. Ich meine, man kommt hierher, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ich wusste auch nicht, dass ich mit Martin Kretsche in einen Seminarraum komme und hat mir auch nochmal gefallen. Also mir gefällt es. Ja, also die ersten Eindrücke, die waren sehr überraschend, weil ich habe mir nicht vorstellen können, wie das jetzt aufgebaut ist. Bei der Disco unten geht die Party ab. Wer arbeitet, soll sich natürlich auch entspannen. Bei der Skills Factory findet daher auch abends eine Party statt. Ich tue mir tatsächlich schwer, jetzt direkt von den Workshops meine Highlights zu sagen. Was für mich immer wieder ein Highlight ist, ist einfach mit den jungen Menschen, mit den Lehrlingen zusammenzuarbeiten. Die Rewe Group Österreich verspricht Jugendlichen hervorragende Berufschancen und eine hochqualitative Ausbildung. Es hat mich wirklich voll gut getaucht, weil wir haben uns besser kennengelernt alle. Also das hat wirklich voll Spaß gemacht und das ist super. Also so habe ich es mir echt nicht vorgestellt. So cool. Und so war es am Ende des Workshops auch nicht verwunderlich, dass einige Teilnehmer mit einer eigens für das Event gegründeten Rap-Formation auf der Bühne standen und live performten. Inklusive dazugehörigen Musikvideo versteht sich. Musik 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 Gemeinsam, gemeinsam, mehr. Wir sind nicht gleich, aber gleich viel wert. Uns auf die Zeit, alle eins gewährt. Unsere Maschinen, noch viel, viel mehr. Take off your mask, you are the best. Just like you're one of the candy, one less. Take off your mask, life is a quest. Show who you are, and show to yourself. So war es durchaus ein gelungenes Event, bei dem Grenzen überwunden, neue Freundschaften geschlossen und jede Menge Skills erlernt wurden. Oder um es auf den Punkt zu bringen. Es war super und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wahnsinn, Dankeschön.